Привет! Heute bin ich bei Babushka zuhause, bis gerade die Lichtverhältnisse nicht die Bärsten sind. Und ich muss ein bisschen leiser sein, denn Babushka schläft direkt nebenan. Spaß beiseite, ich muss ein bisschen leiser sein, weil es ist jetzt fast 1 Uhr in der Nacht. Ich bin hier zu Besuch und hier schläft quasi neben meiner gesamten Familie. Weshalb ich hoffe, dass das Album nicht so gut ist, wie man das erwartet, damit ich nicht so laut werde, wie erwartet. Also wenn momentan ein deutscher Rapper keine Einführung braucht, dann ist das wahrscheinlich Kapi. Der Mann, der scheinbar den Mund nur öffnet und einen Goldbarren hinausfällt. Der Mann, der die meisten monatlichen Hörer bis vor kurzem auf Spotify hat, bezogen auf Deutschrap. Also wir wollen ja keinen Druck ausüben, aber die Erwartungen sind ein bisschen hoch. Und auf dem Hauptalbum sind 14 Songs. Ich gehe, wie in jeder meiner Album-Reaktionen, nur die Songs durch, auf die ich noch nicht reagiert habe und die noch nicht im Vorfeld bekannt waren. Den besten Song fand ich bisher, welcher mich auch ehrlich gesagt überzeugt hat, Kapi-Fan zu werden. von One-Night-Stand. Dieser Song ist so ein heftiger Ohrwurm. Und schon alleine, dass die Ost-Boys in diesem Video vorkamen, hat mich komplett überzeugt. Da hätte der Song auch scheiße sein können. Kapital, Radikal, bleib am Ball wie Neymar. A7, S-Klasse, Kennzeichen, BTK. Damals hatte ich nix, heute Geld zählen. Jeden Tag, ich komm vom Rap am Mittwoch und wir gehen, der was gegen zahlt. Alter, wie das schon anfängt. Wie dieser Apokalypse einleitende Beat einfach schon anfängt. Was ich rede, das ist echt, was du redest, ist das mies und ich schieß. Berlin-Verwähler, wir verzeihen keine Fehler. Rolle mit dem Panamera über meine Mathe-Lehrer. Berlin-Leb, Ghetto-Ghetto, wir sind anders. Grüße alle Brattans, die Mannschaft bleibt schratthaft. Ey, kranker Shit. Boah, Crates, bitte sagt mir, dass ihr diese Beats produziert habt. Der ist ja mal überheftig, Mann. Berlin-Leb, Ghetto-Ghetto, wir sind anders. Grüße alle Brattans, die Mannschaft bleibt schratthaft. Das ist so ein heftiger Song. Wie kann man denn so ins Album starten, verdammte Axt. Ich finde den auch um Längen besser, als Berlin lebt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit dem King Khalil kann ich mich nicht so anfreunden. Die Stimme, gerade im Vergleich zu Kappi, der ja so vorangeht mit seiner Stimme, die noch dazu so einen kranken Wiedererkennungswert hat. Muss ich echt sagen, gerade da noch in dem Vergleich bestätigt sich das einfach, dass ich mit seiner Stimme nichts anfangen kann, so. Ey, die finden denn auch immer die passenden Beats für ihn, ne? Dieser Bass... Wie lange mit dem AfD-Wähler fand ich Gott geil. So, und der nächste Song heißt Gutes Herz. What the fuck, ein Feature mit Casey Rebel. Nein! Boah, ihr habt ja keine Ahnung, wie geil ich Casey Rebel finde. Boah... Ich trau mir gar nicht blöd zu drücken, ey. Ja. Ah. Ich komm her, mit drei Monaten Aufenthalt. Ich kochte innerlich, doch mir war trotzdem kalt. Du willst das Stärkste sein? Bra, du kommst nicht weit. Was bringt sie der Respekt, wenn deine Mutter dann zu Hause weint? Boah, das wird jetzt kein deeper Track, oder? Ey, halt bitte dein Maul. Das wird kein deeper Track, bitte nicht. Habe ich sowas jemals von Kappi gehört? Und wenn ich jetzt schon dran denke, dass gleich Casey in einem Part ballert, der die deepen Tracks sowas von gepachtet hat, dann raste ich gleich aus. Ey, wirklich, das wird zu meinem Lieblings-Hashtag 2018, wenn ich Album-Reaktionen mache. Er ist einfach wieder da. Hashtag Gänsehaut, Alter. Und eure Nazis sind schon lustig, gucken Anime. Holen bei Kanackenschnee, doch wählen dann die AfD. Ich bin auch ein Mensch, weil ich auch Fehler mache. Doch das, was diese Leute machen, hält man selbst verarsche. Du gehst klau mit deinen Jungs und ich bin über Zäune. Aber sag mir, wer von denen sind deine wahren Freunde? Ich korrigiere Hashtag Großvater von Gänsehaut. Allein jetzt schon, nach knapp einer Minute, ist das mein absoluter Lieblingssong auf diesem Album. Ich erzähl' dir nur vom Leben, Brat, damit du lernst. Denn um weiter hier zu kommen, brauchst du ein gutes Herz. Und dann kommst du weit, glaub mir, Brat, dann kommst du weit. Was für Knarre mit Erfolg hittst du jeden Feind. Zu viel Hass und Neid. Scheißt auf die ganzen Hater. Der schweigt wird viel. Doch verschreitet nur sich selber. Ich wünschte mir einfach gerade, dass Kapi viel, viel mehr sowas machen würde. Ey, das steht ihm extrem gut. Und ich bin hin und weg von diesem Song, ey, wirklich. Und jetzt kommt einfach noch Casey, Mann. Egal ob Arm und Reich, schwarz und weiß. Denn am Ende des Tages bluten alle gleich. Ich erzähl' dir nur vom Leben, Brat, damit du lernst. Denn um weiter hier zu kommen, brauchst du ein gutes Herz. Eins weiß ich, Gefälligkeiten bekommen ihre Preisleistung. Loyalitäten laufen einseitig. Feuerabend, ey. Es ist nicht euer Ernst, oder? Es ist nicht euer Ernst. Ich höre einen Satz von Casey. Wie kann das nur so krank passen? Wie kann etwas so unfassbar perfekt klingen, Alter? Ich kann euch das nicht erklären. Ich kann es euch nicht erklären, weil es gerade mehr abgeht. Menschen benehmen sich so, als ob ich dein zeites Lachen ins Gesicht. Aber ficken sich dann gleichzeitig. Ich bin verwirrt, denn als ich nix war, hat sich keiner für mich interessiert. Heute stehen sie hinter mir. Freunde haben mir meinen Erfolg sicherlich gegönnt. Doch was bringt das, wenn sie Niederlagen nicht teilen können? Was ich auch so geil finde, immer wenn Casey ein bisschen schneller und ein bisschen lauter wird, dann ändert sich seine Stimme in eine ganz bestimmte Richtung, in eine ganz bestimmte Form, wo man genau weiß, oh jetzt geht's los. Wisst ihr, was ich meine? Wenn die so ein bisschen mehr anfängt zu kratzen? Das ist einfach Classic. Das ist einfach Classic Casey. Am besten wir hören uns jetzt einfach nochmal den Schluss vom Part an, weil da ist es passiert. Ich bin in guten Zeiten da, auch wenn es unsinnig klingt. Doch wusste nicht, dass ich in schlechten Zeiten noch für sie bin. Enttäuschungen können Gift in dein Venen sein. Die Motivation der Sinn deines Lebens sein. Wir beide zum Beispiel können mit dem Stift von der Seele schreiben, auf das dieses Gefühl uns wie der Wind durch die Segel treibt. Wir kamen mit nix aus ner schweren Zeit und setzten einen Schritt in die Ewigkeit. Jungs, dieser Song ist einfach... Danke, wirklich. Danke für diesen Song. Ihr wollt mich doch an den Eiern aufhängen. Erst Casey, jetzt Farid. Was zur Hölle kommt noch? Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt in eine ganz art Richtung geht, der Vergleich zum vorherigen Song. Dieses Geräusch klingt irgendwie so ein bisschen wie diese Windows-Fehlermeldung. Gib mir nur einen Grund und ich mach mich auf die Suche. Komm in deine Bude und ich ficke deine Hure. Lange Nächte, keine Schule. Mit Ottika und Dieben. Geld machen, probieren, Aufsendung, ProSieb. Naja, Chorus, naja. Aber man sollte halt einfach auch nicht immer so extrem hohe Erwartungen haben und denken, dass Cap jeden Chorus zum Rohrwurm macht. Aber auch das ist Geschmackssache. Probieren, Aufsendung, ProSieb. Mach bei deinem Opa Benedikt, der in Rente ist, den Enkel trägt. Du weißt, dass ich trotz gebrochener Nase wie Jean-Claude Van Damme bin in Topf und wie Varsen. Die Stimme klingt irgendwie nicht so tief wie sonst, oder würde ich mir das ein? Ah, ich fick dich Hurensohn jetzt. Ah, leg deine Uniform weg. Ah, du weißt, ich suche nur Stress, denn ich habe einen Schuss wie bei Russisch Roulette. Schade eigentlich. Also Farids Part war ein bisschen kurz. Und ich muss auch echt sagen, so krass fand ich ihn jetzt nicht. Ich hatte mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr auf. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade vorher Casey gehört habe, der wieder übertrieben geballert hat. Aber Farid fand ich... Ne, ich fand Farid das einfach nicht so krass. Aber gut, was war denn eigentlich der letzte Song, den ich von Farid gehört habe? Ja, das war mit Hände, hieß der Hände, mit Namika. Das fand ich ja auch heftig. Auch so eine Seite, die ich von Farid vorher, glaube ich, noch nie gehört habe. Obwohl, wie hieß denn dieser Song, wo die Line vorkamen, auch wenn man es mir nicht ansieht, du fehlst mir gerade. Diesen Song werde ich nicht vergessen. Also, den Namen habe ich schon vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, der Song tut genau das, was er verspricht. War was? War was? Ich sage das heute echt zu oft, aber dieser Beat... Also, dieser Chorus ist ja eigentlich nichts besonderes. Und ich stehe auch überhaupt nicht darauf, dass vieles sehr oft wiederholt wird. Vor allem, wenn es dann nur ein Wort ist, was immer wieder wiederholt wird. Aber bei diesem Chorus kommt irgendwie dieses Gefühl rüber, dass man einfach rumspringen muss und die Mucke so extrem laut machen muss, dass die Wände von der Decke kommen. Also doch, der Track ballert schon. Er ballert mich zwar nicht um, aber er ballert. Was ist das denn für ein komischer Anfang? Also, der Anfang war irgendwie creepy, aber jetzt so im Laufe des Songs, kann man sich das auf jeden Fall mehr geben, als ich erst gedacht habe. Aber das ist auch wieder so ein Song, wo man sagen muss, so lyrisch wird da jetzt nie so viel geboten, ne? Ich glaube, es geht halt auch vorrangig bei seinen Songs so um den Klang, um diese Stimmung, um diese Kultfigur. Was anderes kann man zu ihm eigentlich nicht mehr sagen. Um diese Kultfigur einfach nur zu feiern. Da geht es, glaube ich, kaum jemanden darum, wie ausgetüftelt diese Texte sind. Deswegen will ich das mal auf dieser Basis bewerten. Und da liefert er schon ab. Über die Qualität kann man sich eigentlich nicht streiten. Und das nächste hochklassige Feature mit AK außer Kontrolle. Ja, am Anfang klingt für mich jetzt leider zu gleich zu vielen anderen Songs. Gerade auch wieder diese Wiederholungsgeschichte. Irgendwie geht mir der Beat auch ein bisschen auf den Sack. Ich finde AK immer besser. Ich muss auch echt sagen, dass ich ihn um einiges besser finde als Kappi in seinem eigenen Song. Wird der Beardbro langsam auch noch zum AK-Fan? Yo, hier ist Kapital, Bro. Ich mach den Song für euch. Ich lieb euch über alles. Damit ihr immer wisst, ich lieb euch über alles. Ihr seid das Wichtigste, das Beste, das Schönste, was ich je bekommen hab. Also jetzt so, nach 22 Sekunden von diesem Song, sehr, sehr vielversprechend. Und als ihr beide in mein Leben kamt, hatte ich zum ersten Mal im Leben Angst. Ich wollte mich verändern, zum ersten Mal im Leben. Ich hatte nix, doch wollte euch die Welt zu Füßen legen. Könnt ihr bitte nochmal den Hashtag Gänsehaut rausholen? Das ist genau das, was ich von dir möchte, Bruder. Das ist genau das, was ich von dir möchte. Denn das, was ihr mir gab, gab mir kein Mensch auf dieser Welt. Sowas kauft man nicht mit Geld. Ich schau euch an und seh mich selbst. Ich halt euch fest, ich lass euch nie wieder gehen. Ihr habt das schönste Lachen und die bittersten Tränen. Das können nicht viele verstehen. Doch für euch würde ich die Welt verändern. Endlich Frieden schaffen, alle stehen und liegen lassen. Ey, wie gefühlvoll du kannst, Mann. Mach das doch bitte einfach öfter. Wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Wort mal in Verbindung mit Capi setze. Aber doch, es ist einfach so. Und schon der vorletzte Song, meine Freunde. Meine Welt. Der A7 wurde Cash gekauft. Die 1. Klasse wird Cash gekauft. Wohnungen werden Cash gekauft. Und hol ich meinen Schleifen raus. Geht deine Schlampe Gänze. Ja. Erinnert mich direkt an den ersten Track. Ich weiß nicht, liegt das an King Khalil? Oder warum wird es dann immer so exotisch? Wir sind anders als sie. Schon immer gewesen. Ja. Meine Stadt ist am Leben. Ja. King Kong. Ich bleib Blocker. In 270 und Nike Jogger. Lass mein Fein stottern. Kein Punkt, kein Komma. Verteile Kicks wie ein Thai Boxer. Jetzt fand ich tatsächlich, dass Khalil ein bisschen besser reingekommen ist. Aber ich bleib dabei. Mit dem Bro werde ich noch nicht so warm. Der allerletzte Song schon. Es kommt mir so wenig vor. Obwohl es eigentlich die perfekte Länge von einem Album ist. Das soll schon was bedeuten, ey. Jetzt würde ich mir noch mal einen Ohrwurm wünschen. Warum gab es so wenig Ohrwürmer auf dem Album? Also bis auf die Tracks, die wir schon kannten. Das waren auf jeden Fall kranke Ohrwürmer. Okay, wenn das schon so anfängt, dann wird es auf jeden Fall einer. Ja, das ist so ein Ohrwurm. Echt, das ist unfassbar. Ich sag so oft irgendwelche Sachen und dann kommt genau das. Ich sollte das öfter machen. Ich sollte öfter einfach irgendwie das sagen, was ich mir gerade am meisten wünsche. Und dann passiert so. Ey, wenn man dazu kein Video macht. Und bitte auch zu diesem Casey Video. Meinetwegen auch gern noch zu glauben, ja. Dann wäre man echt dumm. Das wären Dinger, die landen definitiv alle auf der Eins. Und bleiben da wahrscheinlich auch eine ganze Weile. Zumal der hier noch dieses Ohrwumpotenzial bietet, was alle seine letzten Single Auskupplungen irgendwie geboten haben. Obwohl Berlin lebt, fand ich nicht so krass. Aber das habe ich ja schon erwähnt. So, was soll ich zu diesem Album sagen? Wahrscheinlich eins der meisterwartetsten diesen Jahres. Wenn es nicht sogar das meisterwartetste ist. Ansonsten könnt ihr mir ja gerne noch einen Einwand in die Kommentare schreiben, wer es wirklich ist. Aber es hat mich auf jeden Fall nochmal überrascht. Ich dachte so, bei den Single Auskupplungen, bei der Qualität von Single Auskupplungen, bei diesen unfassbaren Hits, den Rekorden, die der schon aufgestellt hat. Wie soll man da noch anknüpfen? Aber er hat es geschafft. Er hat es echt geschafft. Wirklich. In der Summe. Ein krankes Album. Das Ding ist auf jeden Fall zu supporten. Ich finde, Kapi ist einer von den wenigen, die es wirklich verdient haben, so weit oben an der Spitze zu stehen. Und noch viel mehr. Nicht nur, dass ich diesen Typen einfach mega sympathisch finde, sondern dass ich bei jedem neuen Song, den ich von ihnen höre, immer mehr zum Lager wechsel. Die Songs, ihr habt es ja schon mitbekommen, aber die Songs, die mich am meisten überzeugt haben vom gesamten Album. Und das sind einfach so viele. Deswegen sage ich, es lohnt sich einfach dieses Album zu kaufen, wenn man ihn unterstützen möchte. Und nein, das ist keine Produktplatzierung. Ich wünschte mir, es wäre so. Aber am krassesten fand ich definitiv auf Platz 1. Gutes Herz kommt sofort in meine Playlist. Genauso wie, glaub mir, One Night Stand sowieso schon seit es die Single dazu gibt. Und auch das Feature mit AK, obwohl ich noch nie ein kranker AK-Fan war. Aber auch das geht mir das erste Mal so zu überlegen. Hm, kann es sein, dass die AK besser gefällt, als es zugehen möchte, Spielbro? Also schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Album denkt. Und ganz wichtig, auf was ich als nächstes reagieren soll. Weil jetzt im Juni bzw. Juli gibt es gar nicht so viel, wie ich gesehen habe, was rauskommt. Aber gern nehme ich auch weiter eure Vorschläge an alle, die noch nicht in meiner Discord-Gruppe sind. Dieser Link steht nicht ohne Grund in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alle Musikvorschläge reinposten. Egal ob das für Musik der Woche ist oder dass ich mal eine Album-Reaction drauf machen soll. Oder vielleicht sogar eure eigene Musik abchecken soll oder von Freunden. Geht einfach auf Discord. Die Anmeldung ist kostenlos. Und der Vorteil im Vergleich zu WhatsApp, man kann so viele hundert bis tausend Leute wie möglich einladen. Und es sind keine Telefonnummern zu sehen. Und ich habe alles auf einen Blick und fühle mich nicht so hin und her gerissen zwischen Instagram und Facebook und WhatsApp. Sondern habe alles auf Discord, wenn Leute irgendwas von mir wollen. Und kann dort mit den Leuten auch in direkten Verbindungen stehen. Man kann sich untereinander austauschen. Und man kann sogar Termine machen, wo man mal zusammen einen Sprachchat macht von was weiß ich wie vielen Leuten. Und wir sehen uns dann spätestens heute Abend zum nächsten Video. Und das wird natürlich das Musik der Woche sein, meine Freunde. Du brauchst ein gutes Herz, weil es nicht anders geht. Denn egal was du auch machst, nur deine Absicht zählt. Mama meinte mal zu mir, diese Welt ist hässlich. Doch weißt du nicht wie du handeln musst, dann handel menschlich. Egal ob arm und reich, schwarz und weiß. Denn am Ende des Tages bluten alle gleich. Ich erzähl dir nur vom Leben brah, damit du lernst. Denn um weiter hier zu kommen brauchst du ein gutes Herz. Dieger.